Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 13.09.2021 und das Bild suggeriert etwas Angst. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber immer wieder in sehr interessanten Momenten. Nämlich immer wieder, wenn der DAX unten aus dem DAX-Band raushängt, vor einem Montag, auch zum Beispiel, bevor die große Corona-Rutsche kam, hat man auch dieses Bild, einfach weil der Raum für Übertreibungsmöglichkeiten da ist. Das heißt nicht, dass er sie nutzen muss, aber die Möglichkeit ist einfach da und wenn der Markt Bock drauf hat, dann nutzt er sie halt auch. Wir liegen jetzt hier erstaunlicherweise wieder drunter und das muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Donnerstag, den wir hatten, nach dem Freitagsanfang, den wir hatten, noch eine rote Kerze unter dem Band drunter zu bekommen, ist einfach auffällig. Man kann da gar nichts anderes zu sagen. Dass der sich nochmal komplett hinten rumgekippt hat und runtergedreht ist, das ist einfach auffällig, weil die Vorlage, die er hatte, ist ja fast vergleichbar mit dem, was wir hier hatten oder auch in den anderen Situationen, wo immer wieder einmal unten, einen Tag unten aus dem Band war, sich immer wieder reingedreht und den nächsten dann wieder reingezimmert. Dann kam die große Rückkehr und dann ging es wieder oben auf ein neues Hoch. Und jetzt hat man genau diese Chance eigentlich, mal richtig oben bis Tagesschluss durchzuziehen, so hat man es ja auch am Freitag gesagt oder zumindest das vierte Video vom Freitag. Und ja, was sehen wir, haben wir, nichts war. Ich meine, im Tagesverlauf hat man es erkennen können, der hat dann angefangen oben das neue Hoch nicht mehr zu bestätigen, ist dann über die 700 nicht drüber gekommen. Und dann haben wir bei uns auch schon geschrieben, das wird aber jetzt nochmal interessant im Verteiler. Das ist dann immer natürlich ein bisschen schade, weil in der Morgenanalyse kannst du es so halt noch nicht kommen sehen, weil die Morgenanalyse hier ganz klar eben nach vorne vorgibt, kann gerade durchziehen halt. Also die Vorlage in dem Sinne ist ja wirklich, zieh durch, drück durch, geh lang, streck dich oben raus, geh wieder ans Band zurück. Das war die Vorlage. Und deswegen muss ich mich auch hinstellen und in einer Analyse sagen, pass mal auf, wenn er hoch treibt, die größte Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass er auch bis zum Tagesende durchschiebt. Und wir haben 14.30 Uhr, haben wir das schon ein bisschen kommen sehen, 14 Uhr, auch vor dem Fass kam, glaube ich, das Update bei uns. Da haben wir dann schon geschrieben, na, das wird jetzt nochmal interessant, wenn der jetzt nochmal unter, ich weiß gar nicht, 6.50 geht, ich glaube, wir haben geschrieben, wenn er unter 6.50 geht, dann geht er auch nochmal ran an die 6.00, dann geht er auch nochmal ran an die 5.60 und dann geht er auch nochmal ran an die 5.30. Die 5.30 hat er noch gar nicht mal geschafft, wäre aber hier jetzt auch keine Verwunderung gewesen dann zum Abend und wurde dann eben auch erreicht. Er hat sich dann nochmal schön hier unten rausgelegt und eben wieder unterm Band geschlossen. Und das ist jetzt halt schon so ein Tag, wo ich sage, also da muss ich das Bild einfach rausholen. Natürlich kann der am Montag hart den Konter nach oben machen. Wir haben das zu sehen, die Asiaten waren unheimlich positiv gewesen. Am Freitag, die sind so stark reingekommen, da hat unser DAX auch keine andere Wahl gehabt, als mit Aufwärtsgap zu eröffnen. Sind die am Montag wieder so kräftig unterwegs? Naja, dann glaube ich nicht, dass der sich das dann noch komplett rausgedreht kriegt, aber ich habe für ihn für den Montag, würde ich ihm eine klare Bedingung setzen und das ist, dass ich nach 10 Uhr, wenn ich da neue Tageshoch sehe, die nach 10 Uhr noch reinkommen, dann wird es kein Tag, der sich unten rausstrecken kann. Das schafft er dann nicht mehr. Also zumindestens in, keine Ahnung, 90 von 100 Tagen schafft er das nicht. Und darum geht es ja. Es geht immer darum zu gucken, dass das häufig passiert. Und wenn das dann kommt, dann versuchen wir dem zu folgen und mitzugehen, damit wir eben einen kleinen Wahrscheinlichkeitsvorteil gegenüber einem glatten 50-50-Münzwurf haben. So, das heißt, wenn der 10 Uhr, wenn der wieder aufwärtsgap bringt, weil die Asiaten unheimlich stark sind und er drückt sich nach 10 Uhr noch neue Tageshochs rein, dann würde ich davon ausgehen, dass er sich echt wieder hochschiebt, dass er auch über das Tageshoch vom Freitag rüber geht, über die 700 geht, ran an die 37, da können wir vielleicht mal hier auf den 2-Stunden-Chart wechseln. Ja, aber auch hier, das ist, der schafft es nicht, in den Channel wieder richtig reinzukommen. Ja, aber wir nehmen die hier mit, wir nehmen das hier mit, geht der da nochmal drüber, geht er da richtig nachhaltig drüber, dann springt der. Der hat dann den Platz bis, also hier, kann man 6,70, ich würde auch zum Montag nochmal die 6,70 nehmen, auch wenn es zum Freitag jetzt hier quasi fast eigentlich ein Fehlsignal geworden ist, das neue hoch, ne, er würde es trotzdem so lassen. Das heißt, geht er uns zum Montag da drüber, über eine 6,70, über eine 700, glaube ich, gehen wir in die 7,60 rein, gehen wir auch sehr sicher dann in die 7,80, 800. Ne, also die Wahrscheinlichkeit, die ist enorm erhöht, dass der dann, wenn er jetzt zum Montag nochmal hochtreibt, dann tatsächlich eben hier auch in den Bereich eben einläuft, ne, 7,80 bis 800. Ne, und von daher können wir uns da schön dran orientieren. Ähm, sehen wir kräftigen Startwert, das ist jetzt erstmal noch gar nicht so, ähm, richtungsweisend. Wichtig wäre mir wirklich was passiert, wenn der Xetra einmal durchgeboostet ist am Start, ne, also wenn der Xetra durchgestartet ist und er hat sich einmal komplett ausgetobt, dann einfach zu gucken, kommen jetzt nochmal neue Tageshochs. Wenn ja, dann gebe ich ihm definitiv Platz bis 7,80, 800. Das würde mich nicht überraschen. Ja, vielleicht sogar 8,20, 8,30. Das halte ich für locker erreichbar zum Montag, wenn er nach oben arbeitet, wenn er klar nach oben arbeitet. Aber, das Risiko liegt für mich unten. Das heißt, wenn der jetzt hier drunter fällt und der geht mir jetzt unter die 5,50, der geht mir unter die 5,20 drüber, unter die 5,10, dann sehe ich den Kerl eher Richtung 4,60, 4,15, 3,50 wieder arbeiten. Vielleicht sogar schon 2,70, aber ich denke, 3,50, 3,10, das sind auf Tagesebene sind das die wichtigen Zonen, von denen wir schon, ähm, die letzten, in den letzten Analysen gesprochen haben, ne, haben wir immer wieder gesagt, es gibt jetzt hier drei wichtige Zonen, die unten kommen. Das ist der Bereich um die 3,10, wo die Tiefs sind hier, die 300, 3,10. Dann haben wir unten hier die 15,50 und dann eben die 200-Tage-Linie, die momentan um die 14,8,50 rum notiert. Ne, das sind die drei Stationen, die da jetzt auf dem Weg nach unten wichtig wären. Und deswegen würde ich sagen, auf kleinerer Ebene, die drei Marken schafft er ja nicht am Montag jetzt. Ne, das ist eher eine Aufgabe für 1, 2 Wochen. Aber, wenn er jetzt zum Montag antriggert und vielleicht sogar per Abwärtskipp mal reinkommt, unter 5,10, halte ich nur 3,50 für erreichbar. Ja, und da liegt für mich auch das Risiko, weil dort eben entsprechend auch eine Dynamik dann eben einsetzen kann. So, und von daher, das sind die, das sind die Punkte, das sind die Marken und dann kann man sich da dran orientieren und dann denke ich, ja, würde ich es dabei belassen. Und, ähm, drücke ich euch die Daumen, viel Erfolg, gutes Gelenken und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.